Direkt an einem breiten Sandstrand liegt einer der schönsten Campingplätze der Adria, Casavio. Casavio verfügt über zwei fantastische Poolanlagen. Während die Erwachsenen sich über ein großzügig bemessenes Schwimmbecken freuen, quietschen die Kleinen vor Freude über das lustige Piratenschiff zum Toben im Wasser. Viele weitere Kinderbecken laden die Nachwuchscamper zum Planschen ein, während die Eltern in der Sonne relaxen und den Kleinen beim Schwimmen zusehen. Der zweite Poolkomplex liegt idyllisch umgeben von Pinien und besteht aus zwei Pools mit einem Nichtschwimmerbereich für die Kinder. Viele unserer modernen und komfortablen Eurocamp-Karavans sind sogar mit einer eigenen Terrasse ausgestattet. Casavios wunderschöner Strand ist nur wenige Meter entfernt. Gleich nebenan wartet die Eurocamp-Funstation auf unsere kleinen Urlauber. Morgens und abends, sechs Tage in der Woche, können sie hier mitmachen. Für viel Action und Sport sorgen unsere geschulten Spielhalter, die ihre Kinder in altersgerechten Gruppen betreuen. Da ist Spaß garantiert. Auch für den Rest der Familie gibt es viel zu erleben. Minigolf, Tischtennis, Bogenschießen, Radfahren, eine Kinderburg, ein Spielplatz und vieles mehr. Schlemmen spielt im Urlaub natürlich eine wichtige Rolle. Entscheiden Sie selbst, ob Sie lieber kochen oder auswärts essen möchten. Im gut sortierten Supermarkt auf dem Platz finden Sie alles, was Sie für sich und Ihre Familie brauchen. Aber selbstverständlich freuen sich auch Casavios Restaurants und Pizzerien auf Ihren Besuch. Gönnen Sie sich nach einem guten Abendessen einen Drink an der Bar und genießen Sie das Unterhaltungsprogramm auf der Freilichtbühne. Casavio – Familienspaß am Meer Schlemmen Körger Körger